. Heiland ist gerade mal ein paar Wochen im Training. Wir gehen jetzt in den nächsten 3 Uhr hinein. Dann müssen wir noch Geld machen. Ja, das haben wir auch gewohnt. Kleine Halbzeit-Show, auch für sie vorgehalten, vorhin sind wir noch ein paar Minuten auf Fußball-Akrobaten, auf Freestyler, auf Brain Dancer. Mal kurz los. Jetzt sein kann ich. A-A-A-A-A-A-A. Mille Grazie Geco! Also, hier sehen wir jetzt nochmal das Tor für den AC Bayern 1 zu 1 zu 0 Führung. Torschütze, Mittag um 9.30 Uhr, Kingsley Moateng. Torschütze, Mittag um 10.30 Uhr, Kingsley Moateng. Torschütze, Mittag um 10.30 Uhr, Kingsley Moateng.